Hallo, ich heiße Wolfgang Theodor Müller und bin Leiter der Heilakademie Europa. An dieser Stelle möchte ich heute auf ein ganz besonderes Seminar aufmerksam machen, was bald stattfinden wird. Und zwar zwei Tage intensives Trainieren der heilen Hände, Aktivierung der heilen Hände, die Lenkung der Heilkraft, die wir unbegrenzt zur Verfügung haben. Wir aber lernen müssen, damit umzugehen, die so einzusetzen, dass Heilenergie zum Körper, zur Seele, zur Psyche des Klienten auch tatsächlich gelenkt werden kann und auch bei ihm ankommt, sodass Selbstheilungskräfte aktiviert werden können. Wir werden Stück für Stück Teile zusammensetzen, um am zweiten Tag bei dem großen Finale eine einstündige Heilbehandlung am Klienten durchführen zu können. Das wird im Wechsel geschehen. Die einzelnen Seminarteilnehmer kommen jeder in den Genuss, diese einstündige Heilbehandlung genießen zu dürfen. Und wir werden ganz, ganz intensiv arbeiten. Wir werden viel lachen, wir werden sehr viel Spaß haben. Aber auch wir werden sehr, sehr, sehr viel unsere Heilenergie, die Kräfte und die Energiekanäle auch stärken und aktivieren und stabilisieren können. Ich freue mich darauf, dass du vielleicht dabei bist und wenn du dich anmelden magst, das geht ganz simpel. Gehe einfach auf die unten eingeblendete Webseite und melde dich einfach online an oder benutze die Telefonnummer, die ebenfalls eingeblendet ist. Ich freue mich, dich vielleicht bald persönlich begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, einen schönen Tag.